Ja, ich bin auch bald dort. Ich dürfte nicht mehr weit haben. Ich habe x1500- und z1800. Wenn wir Glück haben, kommen wir wirklich ziemlich ähnlich an. Mittlerweile bin ich auch auf dem Server. Juhu, wo bist du denn? Oh Gott, ich bin weit weg. x-3000, x-161. Ja, ist ja jetzt nicht so weit. Ich hatte weiter. Um ehrlich zu sein. So, ich bin bald dort. Ich bin jetzt mittlerweile in x zu weit. Oh, und x wird mehr. Ich kann mir nochmal in die Third-Person-Ansicht rein. Mit T. Ah, dankeschön. Muss ich jetzt da um die rundherum gehen hier? Das ist eine Runde, Leute. Nachdem ich einen Helm aufhabe. So, z wird mehr. x wird wieder weniger. Perfekt. So, ich bin bald in der Nähe. Ich werde jetzt ein bisschen öfters hier aktualisieren. Scheiße, jetzt wird z wieder weniger. Da habe ich mich zu weit gedreht. Also, ich muss mir gerade einen Weg hier vorbeisuchen. Wir sind zwei Jäger scheinbar. Oh, ich habe Schuss gehört. Wir sind wohl in dem Haus dahin. Hä? Da ist doch direkt eine kleine City, oder? An dem, wo wir hin sollten, oder? Ja. Das ist ja direkt... Da ist ein kleines Dorf, ja. Das ist doch... Ist das wirklich so viel besser? Ich bin jetzt ungefähr... Das Haus ist ein bisschen außerhalb, ja. Ich bin ungefähr 300... Ja, 300 Wegpunkte weg vom... vom Ding und bin noch in der Ortschaft. Das finde ich ein bisschen blöd. Genau, dann bist du aber... Aber das ist gar nicht schlecht, weil es ist schon mal eingezäunt, die ganze Hütte. Ah, okay. Das muss ich mir wohl begutachten. Ich habe nicht mehr Wald... Bald musste ich es sehen. Ja, ich bin hier gerade am Versuchen, hier an ein paar Leuten vorbeizuschleichen. Direkt nach... Na, ich sehe hier eine Straße. Das ist ein Haus, da ist eine Mauer rundherum. Ich sehe, glaube ich, die Mauer. 24 und 16,90. Also, ich bin fast da. Ich glaube, ich sehe die Mauer. Könnte möglich sein. Das ist so ein Häuschen, wie wir schon mal hatten. Wo drei und 16,00. Ich glaube, in dem ersten Häuschen war ich ja nicht. Da ist eine Mauer, eine kleine. Genau. Ich habe rechts und links eine Mauer. Hier habe ich einen Pfeil hier rumstecken. Den nehme ich mal mit oder auch nicht. Aber das hat ja super funktioniert, dass ich den Pfeil mitnehme. 1,700, 2,200. Da ist ein Eisentor. Ja. Okay. Da wackelt ein Zombie rum. Und ich komme von der anderen Seite zum Haus. Ich bin auch gleich da. 1,600, 2,100. Das müsste aber hier dieses Ding sein. Ja, ich sehe hier ein Häuschen. Bin ich jetzt richtig oder nicht? Ich sehe hier ein total abgeschiedenes Haus. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Minus 1,600 und 2,100. Du musst jetzt nochmal da ein bisschen weiter. 1,500 und 2,469. Das ist ein bisschen daneben. Aber hier ist ein Häuschen. Da sind zwei Häuser nebeneinander. Ja, da ist einmal ein Doppelte und ein Einfaches. Ne, ich sehe nur das Doppelte. Hier sind Spikes. Scheiße. Ja. Warte was, Spikes? Dann bist du im anderen Haus. Das ist das Doppelte. Also zweistöckiges. Ja, da ist noch ein kleines Haus. Hier steht ein Brunnen rum. Genau, das Kleine ist es. Das Kleine. Das sind ja drei Häuser auf einmal. Achso, warte mal. Da ist ja noch eine Ortschaft. Da ist ja noch ein Dorf. Ich bin doch bei der Koordinate. 1,437 minus in X und 2,000... 1,569. Ja, komm, die paar Meter. 1,560 habe ich jetzt so 2,300. Ich muss da irgendwo in die Richtung wahrscheinlich. 1,500. 2,370. 1,550. Ich bin total in die verkehrte Richtung unterwegs. Na, wo ist das Haus? Verfluchte Axt. Ja, da bin ich auch gerade am Schauen. 2,2. Haben sie aus Versehen das Häuschen versetzt in der Zeit, wo wir nicht da waren? Könnte das sein? Wahrscheinlich. Könnte sein. Ich habe auf jeden Fall einen Fall gehört. Ich sollte hier jetzt eigentlich sein. Was ist denn da? Da ist ein Mikrozaun. Ich werde nicht mehr... Ich bin am Haus. Ich bin am Haus. Ja, schön. Und ich hoffe jetzt mal, dass hier nicht wieder irgendwer einer ist. Ich bin x1100, äh, minus 1000, noch was, z2400. Und 2500 um den Dreh ist es. So, ich gehe noch ein Stück die Richtung. Da ist ein doppelstöckiges Haus. Da, wo Spikes davor sind. Das ist doch die Koordinate, oder? 1,557 minus stehe ich jetzt. Z plus 2,512. Ne, 2,370. 3,512. Warte, warte, ich schau mal. Ich stehe im Haus. Pass auf. Ich stehe bei minus 16.000 und, äh, also x minus 16.000 und z2,360. Okay. Genau da stehe ich jetzt. Es ist 2,600. Da draußen ist so ein blöder Zeug. 2,600 in z, oder wie? Na, 2,000, äh, 2,360. Ja, 3,60. 3,60. Wo wird Z weniger? Verfluchte Axt. Hier die Richtung. Boah, der Zaun regt mich was auf. Ist das ein Holzzaun? Ne, so, ja, so Holzpflöcke mit, mit Dingenskirchen. Achso, nicht so ein Bretterzaun, weil das Ding ist eingezweiten wie ein Bretterzaun. Ah, hier läuft jemand. Dann dürfte es... Ich lauf nix, ich lauf drin. Ich bin drin im Haus. Ich hab hier jemanden laufen sehen. Wer wird das gewesen sein? Ich bin jetzt 1,444 minus in x und 2,397 in z. Minus 1,600. Wow, auf mich wurde mit dem Fall geschossen. Auf dich? Schon wieder? Ja, schon wieder. Und nochmal. Aber ich werde nicht getroffen. So, jetzt sehe ich ein doppelstöckiges Haus rechts und ein kleines Haus links. Äh, das ist ein grünes Haus. Oh, ich werde verfolgt. Hier in der Nacht ist alles grau, ne? Ich gehe mal hier in das Haus. Also minus 1,600. Ich gehe jetzt mal in das Haus, mache hier die Tür zu. So, mache hier auch nochmal die Tür zu. Danke. So, 1,309 minus. Scheiße, ich höre jemanden. Wow, da läuft jemand mit einer Machete. Der kommt rein, scheiße. Der ist da drin. Nein, scheiße, 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 scheiße. Ich bin gleich tot. Lauf, lauf. Ich werde hier niedergeknüppelt. Alter, ich habe nur noch 17 Lebensenergie. Ist voll beschissen. Alter, weg hier, weg hier, weg hier. Und ich habe das, ich habe einen Rucksack und alles. Die wollen mich jetzt definitiv killen. Dann schau, dass du hier kommst zu den Koordinaten. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Du kannst nicht weit weg sein. Ja, scheiße, scheiße, es bleibt stehen. Ich wollte jetzt den Check gucken. Scheiße, ich wurde vom Pfeil getroffen. Mann, da ist ein Holzzaun. Ein Holzzaun am Bretterzaun? Ja, aber in der Ortschaft drin. Verfluchte Axt. Ich bin außerhalb. Mann, ich habe null Stamia, ich habe null Health. Ich bin so gut wie tot. Den Kampf überlebe ich nicht, wenn es ist. Mann, ja, ich bin tot. Ach, nee. Wie mich sowas nervt. Das ganze Zeug ist jetzt weg. Dann dreh ich jetzt wieder um. Weil er auf dem Weg zu dir war. Ich war so gut wie auf der Koordinate. Ich habe kein Haus gesehen. Ich habe nichts gesehen. Super. Muss ich mal den Zombie hier erlegen, der da ist. Alter, wo spawn ich denn? 2.557 minus in X und 2.700 in Z. Also, ja, dann laufe ich halt noch eine Runde, weil es mir Spaß macht. Da läuft aber jemand mit dem Bogen rum. Der freut sich jetzt ein Ast über das ganze Loot, was der jetzt kriegt. Mann. Ich hätte mich nur trauen müssen, mal den beschissenen Bogen einzusetzen, wie er die Tür reinkommt. Nee, tue ich nicht. Hat ja auch die beschissene Schrotflinte in der Hand, weil es mir hilft. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder komplett alleine. Ja, allein, allein. Allein, allein, ja. Alter, die Z-Koordinate nervt mich. Das ist ja einmal quer um die ganze Map. Echt? Ansonsten, wenn es wirklich gemein ist, Slash Suicide. Ja. Ist zwar hart. Ich hatte halt nichts mehr. Ich konnte nicht mehr weglaufen von dem, weil ich wirklich null Stamia hatte und alles. Und da kannst du halt nicht mehr laufen. Kannst du mal voll abessen. Ja, das ist klar. Dann ist, irgendwann ist Feierabend. Weil ich ja doch schon so lange unterwegs war und alles. Den Koordinaten nachlaufen nervt mich mittlerweile. So, immer erstmal die Richtung finden. Wo muss ich hin? So, ich probiere es mal die Richtung. Ja, ein bisschen monoton hier gerade. Ich bin dann am hören, ob hier jetzt gerade jemand rein ist in das Haus. Ja, ist ja super. So, jetzt zeigt er mir gar keine neuen Koordinaten mehr an. Danke. Das finde ich super. Das ist auch seltsam. Was man gar nicht mehr weiß, wo man hinläuft. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Jemand hat das auch klar. Hiro. Hallo. Hiro. So. 1200, äh, 900 minus. Mensch, ich komme nie wieder zu dem Punkt. Das kann ich auch loon wie ein Blöder. Das nervt mich. Ich bin, ich bin auch vorhin im Haus gespawnt, ja. Wir sind auch im Haus, aber wir haben uns ausgeloggt. Aha. Wir haben es geschafft, ey. Ich wäre beinahe dort gewesen und dann bin ich, keine Ahnung, getötet worden. Von einem mit Bogen und Machete. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist hier. Was? Das Haus. Ich finde das eigentlich ganz geil mit dem Zaun. Ja, das ist halt der Vorteil, weil der Zaun hier irgendwie, äh, doch gar nicht schlecht ist, weil du es gut befestigen kannst, weil es ein Zaun ist, wo du nicht so ohne weiteres drüber kommst. Ja, eben, du kannst nicht drüber springen. Dann müssen wir nur den Eingang mit der Hütten voll pumpen und einen kleinen schmalen Gang machen, oder sowas. Ja. Ja, irgendwie sowas. Geil, wenn es ein Haus gäbe mit zwei Türen, weißt du, dass man so eine Schleuse macht, oder so. Mhm. Dann bessern wir ein Haus, dass es nur eine Tür hat. Und da lief eben auch übrigens, äh, jemand rum. Ja, der hab ich umgebracht. Den Nachbar mit dem Helm. Ja, den, äh. Und wie hat er gesagt, er ist friendly? Dann ist er weggefahren. Und ihr habt ihn erschossen? Nein. Nee, ich konnte mit dem Sniper nicht ranzoomen, sonst hätte ich das gemacht, wahrscheinlich. Ah, so macht man natürlich, dass man hier Leute umbringt, die hier friendly sind. Ja, das sagen sie halt alle, ne? Also... Ja, das ist ja das Schlimme. Da kann man sich nicht mehr drauf verlassen. Ich wurde auch getötet, obwohl ich gesagt hab, ich bin friendly, es interessiert keine Sau. Wir dürfen ihm nur noch 5 Sekunden geben, wenn er sich ja nicht verzieht, dann... Ja, das muss man einfach schießen. Scheiß drauf, keine Konversation, einfach nur noch töten. Jetzt ist bei mir der Punkt erreicht, wo die Diplomatie einfach weg ist. Ja, pff. Ja. Scheiß drauf, wenn die anderen keine Diplomatie kennen, dann will ich auch nicht mehr. Ist einfach so. So sind ja nicht alle. So sind halt nicht alle. Ja, aber der Großteil. Und dann macht man halt mit, weil sonst stehst du andauernd bei Null. Das nervt mich halt. Alter, und ich darf wieder einmal quer über die Map laufen. Was meinst, da mir ja wieder am Arsch ist und 2 Meter vorm Haus komm ich dann um. Weil mich irgendjemand mit einem Pfeil und Bogen tötet. Ja, bin ich eben auch fast, ey. Also irgendwie, ich weiß nicht, vorhin war ich im Haus gespawnt und dann kommt jemand von außen, haut die Scheibe ein und erschießt mich. Einen Bogen. Oh Mann, ey. Da lag ich da wie ein Depp. Und ich bin wirklich der Meinung, der Typ hat einen Drall. Der hat einen Drall. Ich glaub's auch. Wenn du den Autorun hast. Ja, das ist schon. Wir können alles bauen. Ja, super. Ich hab das ganze Baumaterial irgendwo angebaut, im Übrigen. Ich hab 6 Baumstämme einfach mal verloren jetzt in meinem Rucksack. ne Schrotflinte ohne Muni, 200 Berries und ach, leck mich am Arsch. Nervt mich alles. Ja, aber der Vorteil ist, du hattest keine Nägel. Ja, stimmt. Ich hab 3 Nägel noch. Also einer für... Du hast 3 Nägel? Wo hast du Nägel hier? Für so eine Kiste, hab ich gefunden. Du hast Nägel gefunden. Oh mein Gott. Ja, wofür brauchst du die denn? Für alles. Brauchst du für alles, ne. Drei bringen uns ja nix. Ne, nicht wirklich. Aber, ja. Der Punkt ist, äh, das... Das musst du ewig craften. Die Nägel ist das Wichtigste in dem Spiel. Weil du alles mit Nägeln baust. Und du craftest die in der halben Ewigkeit, bis du die ja überhaupt zusammenkriegst. Ja. Das ist das abartigste, was du einfach nur kennen kannst. Ich hab auch das alte Brecheisen von unserem alten Base mitgenommen, damit wir überhaupt Metall kriegen. Ja, das ist super, ja. Ja. Ja, da war ja eigentlich noch alles drin. Schneckwein und ich haben einfach mal alles mitgenommen. Ja, da kann man ja auf die... Wir sind ja auf dem Weg dahin getötet worden. Ja. Wohl oder übel. Ja. War schrecklich. Katastrophe einfach. Ja, okay, aber so ist halt das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja schon schön, so eine Gruppe zu haben, ne. Da fühlt man sich ein bisschen sicherer. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn dann einer kommt, sieben Leute mit dem Bogen wegsniper. Ja, aber wenn wir alle zusammen sind, dann geht das, glaube ich. Ja, ja. Darf sich halt so alleine da rumrennen. Ja. Wir haben es ja heute gesehen, im Endeffekt, wie wir heute Vormittag, äh... Ja, wirklich gut Zeug gelootet haben und das immer und immer wieder und selbst andere Leute irgendwie abgesnackt haben. Also, ging richtig geil. Ja, der Standort war halt aber auch ein bisschen, ne. Ja, vorher. Ja. Ist irgendwie jeder Peller langgerannt, ne? Ja, das macht aber da... Deswegen wollten wir ja eigentlich in diese Senke. Also... Ist das so ein freistehendes Haus? Ja, das ist ein Zaun, worum. Worum ist ein Zaun, wo du nicht rüberspringen kannst. Okay, ich find's geil. Ich bin auf dem Weg gleich drin, ich seh das Haus vor mir. Grün ist... Also nicht das... Nicht das Zwei-Stöcke-Ges. Ja, das ist ein Zwei-Stöcke-Ges. Um ehrlich zu sein... Das kommt danach. Um ehrlich zu sein, es wird hier nirgendwo auf der Map einen Punkt geben, wo kein Arsch vorbeikommt. Ja. Es rennt überall jeder Arsch vorbei. Das ist klar, weil unten links spawnst du ja immer. Ja, wenn wir ein Auto haben, können wir auch an Arsch der Welt ziehen. Das ist ja nicht... Wenn wir ein Auto haben, überfahren wir die Leute und holen wir den Loot. Das hab ich vorhin gesehen. Ich sitze so versteckt, weil ich mir gedacht hab, okay, fährt ein Polizeiauto. Und der Typ ist wirklich so lang hin und her gefahren, bis er erwischt hat. Dann steigt er aus, looted den, steigt wieder ein und fährt weiter. Ja, ich meine, der kann ja alles in den Kofferraum packen wahrscheinlich. Dank dem hab ich ein Helm jetzt, einen roten. Den hat er liegen lassen, oder was? Den hat er liegen lassen. Ich war ja an Nebendran, nur ich hab's nicht geschafft, Zeit ins Auto zu springen. und mit dem Auto abhauen. Vorsicht, ich bin in der Nähe vom doppelsteckigen Haus. Nicht, wenn du mich umbringst. Deswegen, aber ich schaff's reinzusetzen und der aussteigt. Ja, genau. Wenn er aussteigt, du springst rein und haust ab damit. Oder fährst ihn über den Haufen. Das wär noch mieser. So, ich loot mich wieder. Ich wollte auch schon mal planke fahren, das ist schon krank, ey. Hörst du kurz ein Auto hinter dir, drehst dich um und auf einmal hast du schon die Planke vor dir, ey. Ja, genau. Genau. Also, jetzt geht's bei funnel erst mal. Und wieder?